Okay, mein Freund hat in diesem Haus 10 Eier versteckt und ich habe jetzt 60 Sekunden Zeit, um die zu finden. Okay, wir haben ein Ei, wir haben zwei Eier, wir haben drei Eier, warum ist das so groß? Okay, 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 es wird knifflig. Ich sehe hier nichts mehr. Hat er das vielleicht hier drunter irgendwo hingegeben? Ja! Oh mein Gott, da drunter war wirklich ein Ei. Okay, vier, fünf, fünf. Waren das jetzt fünf Eier? Ist hier noch irgendwas drunter? Dahinter. Fünf oder sechs, was haben wir hier drunter noch? Nichts, okay. Ich verschiebe jetzt alles, was ich verschieben kann. Wir haben aber auch noch einen zweiten Stock. Wir schauen jetzt mal oben. Finden wir hier noch irgendwo ein Ei? Hier, sieben. Sieben Eier und 20 Sekunden habe ich noch. Hier haben wir auch noch ein Ei. Das achte Ei. Oh mein Gott, mir fehlen nur noch zwei Eier. Zwei Eier, bitte, 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 lasse ich diese zwei Eier finden. Ich habe nur noch zehn Sekunden. Hat er es ins Klo gekippt? Hier, aber wo ist das letzte?